Hallo John, wie geht es dir? Sehr gut. Und was ist mit dir? Super. Und wie war dein erste Tage der Arbeit? Ich habe nicht vielen Leuten noch getroffen. Du bist deine einzige Person, die ich kenne hier. Ah, ich verstehe. Aber im Laufe dieser Woche werden sie viele Freunde zu treffen. Ja, ich hoffe doch. Können ich Ihnen eine Frage stellen? Können Sie eine Hauskörer in der Nähe? Ja, natürlich. Habe ich immer zu Mittagessen dort hinzugehen. Hm, okay. Können wir zusammen dort? Und ob ich das weiß? Hm, natürlich. Sie werden sehen, dass das Restaurant ein leckeres Essen verkauft. Das Restaurant ist hier? Ja, der Restaurant ist ganz nach. Ah, sieh. Der Restaurant ist sehr voll. Ich werde fragen, ob Sie es gibt ein freier T-Shirt. Kellner, gibt es ein freier T-Shirt für zwei Personen? Ja, natürlich. Aber das muss ich auch für die dritte Station 17. Okay, kein Problem. Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme die Gemüse-Suppe und den Ritter-Poaten. Gemüse-Suppe? Ich nicht mehr. Pst, ach, schade. Dann bin ich Lasagna. Ja, gern. Und zum Trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Und sicher? Okay, was würden Sie gerne essen? Ich nehme die Spaghetti und die Orangensaft. Okay, bestelle Lasagne und die Spaghetti siehe. Mmh, das Essen war lecker. Ja, es wäre wirklich lecker. Okay, wir werden die Regnungen begleichen. Diesmal geht es auf meine Regnungen. Perfekt, okay. Also das nächste Mal geht es auf meine Regnungen. Kellner, ich möchte sagen. Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Das Wort für eure Trennbüter. Stimmt so. Danke sehr. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.